Guten Tag, mein Name ist Susanne Niemeyer. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Es ist schön, dass Sie alle bei mir in der Küche sind. Herzlich willkommen. Und ich warte auf meine Tochter Lisa, die ist 15. Hallo Mama. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Warum denn? Deine Lehrerin, die Frau Kraft, hat angerufen. Warum denn? Ich weiß es nicht genau, warum sie angerufen hat. Sie hat nur gesagt, ich soll nächste Woche in die Schule kommen. Sie würde gerne mal mit mir über dich sprechen. Verstehe ich eigentlich nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ich frage mich, was ist da? Was könnte die denn wollen? Keine Ahnung, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie finde ich das komisch, weil wir hatten das ja schon mal und irgendwie dachte ich, dass das jetzt alles wieder so okay wäre. Und jetzt kriege ich wieder einen Anruf von der Frau Kraft und ehrlich gesagt hat mich das jetzt echt so ein bisschen irritiert auch, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass da jetzt was schief gelaufen sein könnte. Was hat die denn gesagt? Ich verstehe jetzt gar nicht. Sie hat nur gesagt, Frau Niemeyer, ich würde ganz gerne mit Ihnen mal über Ihre Tochter sprechen. Da gibt es Gesprächsbedarf. Am liebsten wäre mir, wir würden uns bald treffen. Ja, keine Ahnung. Wo kommst du denn jetzt gerade her? Ich komme aus der Schule. So lange hast du Schule? Ja, wir haben noch ein bisschen, waren noch ein bisschen zusammen und so. Wie, ihr wart noch ein bisschen zusammen? Ja, Paul und auch die anderen halt, waren wir noch ein bisschen am Schulhof und so. Was soll denn das jetzt hier? Na, ich mache mir einfach Sorgen. Ich meine, du bist 15 und irgendwie habe ich das Gefühl, du machst, was du willst. Du kommst, du gehst. Es ist irgendwie mal ein Glücksfall, wenn ich was von dir erfahre. Also, jetzt kriege ich mit, die Lehrerin ruft an und ich mache mir einfach Sorgen. Und der Papa auch. Der ist jetzt halt nicht da, sonst würde der auch mit dir sprechen. Also, macht sich Sorgen, ja. Ich weiß nicht, eigentlich ist alles normal. Ich verstehe nicht genau, was die jetzt möchte. Eigentlich ist alles normal, findest du? Ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich sage es total ungern, aber ich sage es jetzt. Ich habe dein Tagebuch gefunden. Das würde ich normalerweise nicht lesen. Das weißt du genau. Du hast es in meinem Tagebuch gelesen? Sag mal, hast du sie noch alle? Ich habe es. Ich sage es, es lag da. Ich mache mir Sorgen um dich. Und deswegen habe ich das gemacht. Und weißt du, wenn da drinsteht, dass der Papa... Ja, ja. Meinst du, ich gucke in deine Sachen, weil ich mir irgendwie Sorgen mache, fange ich an, irgendwie im Sekretär rumzufühlen oder so? Das finde ich ja absolute Scheiße. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung war, aber verstehst du? Ich mache mir total Sorgen. Ja, finde ich richtig Scheiße. Weil irgendwie, du bist einfach nicht mehr so wie... Ja, und dann lest du einfach in meinem Tagebuch. Ey, das ist privat. Da kannst du nicht einfach reingucken. Echt, das finde ich krass. Finde ich wirklich krass. Das ist ein Spionage, oder wie? Stimmt, das ist krass. Ich finde das auch und ich würde es auch nicht gut finden. Aber verstehe mich bitte auch mal. Ich habe mir totale Sorgen gemacht. Weil du kommst mir verändert vor. Ich kann... Ja, aber deshalb musst du doch nicht gleich in mein Tagebuch reingucken. Ja, aber weißt du... Ich meine, jeder verändert sich doch. Ich meine, du bist doch auch nicht immer gleich. Nicht so. Ja, das stimmt. Wie denn verändert bin ich jetzt irgendwie... Seit du mit Paul abhängst. Paul ist immerhin schon 18, ja? Der ist volljährig. Ja, und? Der ist volljährig. Ja, ich bin doch... Ich werde doch auch bald 16, ja? Es dauert noch ein Dreivierteljahr, bis du 16 bist. Und dann bist du mit ihm zusammen. Und ich meine, er kommt hierher. Das ist ja auch in Ordnung und schön, dass ich ihn kennenlernen durfte. Aber irgendwie... Ist doch normal. ...kommt er mir nicht so... Ich finde, er ist ein bisschen komisch. Und seit du mit ihm so rumziehst, habe ich das Gefühl... Was ist denn komisch an dem... Du bist komisch. Also das finde ich jetzt echt komisch. Das Tagebuch gucken, jetzt musst du noch über Paul herziehen. Da habe ich ja mitbekommen, dass er Partys macht im Partykeller bei Paul. Das hast du mir ja nie gesagt. Ja, und was denn dabei? Ich meine... Ja, da wird auch gekifft. Das ist doch besser, als wenn man in den Club geht oder so. Da wird auch gekifft. Und ich habe einfach Angst, das Kiffen ist nicht gut. Ich habe gerade einen Vortrag gehört, und da ist nochmal ganz deutlich hervorgehoben worden, dass das das Hirn einfach schädigt. Und gerade bei jungen Leuten. Ja, da muss man aber auch schon mega viel kiffen, wenn einem das Gehirn da irgendwie geschädigt wird. Also, was ist denn das jetzt hier für eine Panikmache? Das ist keine Panikmache. Ich mache mir einfach Sorgen. Weißt du, dein Papa und ich, wir gehen arbeiten, wir wollen so, dass deine Schwester und du, dass es euch gut geht. Deine Schwester studiert, die ist ja auf einem super guten Weg, und wir wollen, dass du das einfach auch schaffst. Und wenn du jetzt aber in solche komischen Kreise kommst, dann mache ich mir einfach Sorgen, wie das weitergeht. Außerdem, bevor du jetzt was sagst, außerdem finde ich auch schon bemerkenswert, ja, dass du zum Beispiel deinen Lieblingssport überhaupt nicht mehr so richtig verfolgst. Nein, du weißt ja überhaupt nicht, was wir so machen. Wir tanzen auch und hören Musik und alles. Nur weil ich jetzt nicht mehr zu diesen Meisterschaften hinfahre. Das war sowieso ein Megastress. Jedes Wochenende da, also ich weiß nicht. Ich will auch ein bisschen was vom Leben haben. Echt. Du hast doch was vom Leben. Ich habe das jetzt jahrelang gemacht, es muss jetzt doch nicht total genauso weitergehen. Ich habe einfach Angst, dass du dir wirklich ganz viele Chancen so verbaust und das möchten dein Papa und ich nicht. Nur weil ich jetzt mal mit meinem Freund mich treffe und wir manchmal eine Party machen oder auch nicht. Du triffst dich ja nicht mal mit ihm. Oder zwei andere gehen und saufen sich die Hucke voll wie bescheuert. Du triffst dich doch nicht mal mit ihm, sondern ihr seid doch wirklich ständig zusammen. Kann ich doch machen, das ist doch mein Freund. Wenn du dann auch kiffst, kiffst du denn? Was soll denn die Frage jetzt? Naja, dir liegt ja wohl nahe, wenn er kifft und du bist verliebt in den und ich weiß, wie das ist, wenn man verliebt ist. Ja, ja, dann macht man alles nach. Dann macht man auch mal Sachen. Denkst du, ich mache alles nach? Meinst du, ich habe keinen eigenen Kopf? Hast du mich ja gut erzogen, wenn ich keinen eigenen Kopf habe? Manchmal habe ich den Eindruck, dass du keinen eigenen Kopf hast. Ja, tut mir leid. Ja, deshalb musst du dir mein Tagebuch gucken oder was? Du redest ja nicht mit mir. Ich mache mir Sorgen, verstehst du das? Kann das mal in deinem Hirn? Ja, aber da hättest du mich toll fragen können, nicht gleich ins Tagebuch gucken. Du hättest ja nein gesagt. Ist ja klar, aber gleichzeitig redest du nicht mit mir. Was soll ich denn tun? Ich würde gern was von dir erfahren. Verstehst du das nicht? Ja, aber ich finde es auch blöd, dass du irgendwie so komisch über Paul redest. Auch wenn der da ist, ist es immer so eine komische Situation, als wäre der irgendwie nicht in Ordnung oder so. Finde ich irgendwie blöd. Ich finde ihn halt komisch. Ja, was heißt das denn komisch? Der kommt und er ist so, Tag Frau Niemeyer, ich frage ihn, was er macht und er sagt, ach ja, so irgendwas mit Technik, ich habe ganz viel zu tun. Ja, der macht jetzt Abi bald. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn ganz viel, ach ja, so ausweichend eben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mit dem eigentlich wirklich los ist. Ja, vielleicht will der nicht immer gleich alles sagen. Der ist auch ein bisschen schüchtern, wenn der mit Leuten zusammenkommt. Also schüchtern kam er mir jetzt echt nicht vor. Also echt nicht. Ja, ja, schon schüchtern. Aber was ist denn mit dir? Also du hast ja recht, ich finde es ja auch nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Deswegen habe ich es dir auch gesagt. Ich fühle mich damit auch nicht gut. Aber ich fände es so schön, wenn du mir mal erzählen würdest, was mit dir los ist. Ja, wieso denn jetzt was los ist? Mir geht es doch gut. Also du bist nicht mehr so bei der Sache. Wenn wir was machen, auch hier als Familie, du hast keine Lust mitzukommen. Ja, aber das ist doch normal. Ich will halt nicht immer wie so ein kleines Mädchen jetzt mitkommen. Ich habe halt eigene Leute und die treffe ich halt gerne. Und deshalb will ich jetzt nicht mehr so oft alles mitmachen. Das kann ich verstehen, aber ich finde, es geht noch drüber hinaus. Das machen die anderen auch. Du bist so unkonzentriert teilweise. Ich bitte dich, Sachen zu machen. Du kannst dich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was wir besprochen haben. Du bist wirklich mit den Gedanken komplett woanders. Morgens kommst du nicht aus dem Bett. Am Wochenende sehe ich dich kaum. Da bist du bei Paul. Oder weiß ich wo. Dann kommst du, du bist so abwesend. Ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dich erreichen zu können. Und das macht mir echt Angst. Ja, aber ich bin einfach mit meinen Sachen beschäftigt. Das finde ich jetzt gar nicht ungewöhnlich. Und ich will halt nicht immer bei alles erzählen. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ihr seid ja auch ständig unterwegs. Ja, das stimmt. Wir sind nicht so viel zu Hause. Das ist jetzt nicht so, als wäre hier ständig irgendein Familienspaß organisiert oder so. Aber wir könnten das ändern. Wir könnten ja versuchen, wieder mehr zusammen zu machen. Von mir aus kann der Paul ja auch mitkommen. Ja. Mal am Wochenende vielleicht zusammen Drachenbootrennen. Oder was weiß ich. Es gibt ganz viel, was wir zusammen machen könnten. Na ja, Drachenbootrennen ist nicht so. Ja. Ja. Weiß nicht. Danke. Wir sollen jetzt aufhören. Okay. Gut, Mutti. Gut.